Es gibt nur einige wichtige Dinge, wie man das erreicht, was man möchte, hier in dieser Höhle. Entweder mit dem Geld, was nie erreichbar ist, zum Tod führt, oder den richtigen Weg, den schmalen Weg. Und das ist, träumen wie ein Kind, lieben wie ein Gott und im Hier und Jetzt, ich bin sein. Dann realisieren sich alle Träume durch die Liebe im Hier und Jetzt bei dir und du bist dabei, mein Freund. Wenn du das Wünschen durch Planen und Organisieren ersetzt und du die Liebe durch das Liebe zum Geld ersetzt, dann fliegst du aus der Realität von Hier und Jetzt und bist nicht mehr du. Nicht mehr du. Dann gibt es keine Ziele, keine Wünsche, die du erreichen kannst. Denn dann kommst du wieder hier an, in dieser Höhle.